Ich komme aus Europa. Ich komme aus Deutschland. Ich lebe und studiere in Münster. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt. Ich heiße Annika. Ich gehe gerne in den Second-Hand-Shop shoppen. Ich gehe gerne in die Kerzen auf Weihnachtsbaum an. Ich liebe es, mich mit Freunden zu treffen. Ich bin 20 Jahre alt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020